Hätte ich mir nie gedacht, wir seien es dann bei 900 Abonnenten, also kurzig von den 1000 und ich bereite ja oder möchte ein Abospecial machen bei 1000 Abos und da könnt ihr mit abstimmen, über welches Thema ich was machen soll. Aber jetzt zu den Kommentaren. Was für ein undifferenzierter Vergleich. Undifferenziert, das ist wieder so ein Wort, das habe ich erst googeln müssen. Ich habe kein Abitur, liebe Leute, ihr dürft da ruhig mit mir normal reden. Da hat mir die erste Version besser gefallen. Mit was für einem blöden Vergleich. Mit blöd kann ich was aufhangen. Warum machst du nicht einen Vergleich mit unterschiedlicher Hardware in gleichen Räumen? Über den Vergleich der Hardware sagt der angewendete Test leider nichts aus. Ist zwar schön plakativ, plakativ wieder so ein Wort, das ich erst googeln muss, und unterstützt scheinbar einfach deine Message. Ich finde es schade, da wäre mehr drin gewesen. Ich glaube, du hast das Ganze auch falsch verstanden. Mir ging es jetzt nicht darum, die beiden Mikrofone miteinander zu vergleichen, sondern mir ging es hauptsächlich darum, weil das ist ein Fehler, den viele machen. Die kaufen uns die teure Hardware, in dem Fall war es ja zur Neumann, TLM 107, kostet ja auch mal geschlappt ein Tausender. Das stehe ich auf, nehme meine Vocals auf und dann ist alles gut. Ich brauche die nicht mehr EQ und ich brauche da keinen Kompressor und überhaupt keinen Effekt mehr drauf. Und das ist immer so ein Trugschluss. Und ich möchte damit einfach nur zeigen, selbst wenn du ein noch so teures Mikrofon kaufst, wenn du vorher nicht in eine ordentliche Akustik des Raums investierst, dann nutzt du das teuerste Mikro nix. Und genau das ging es mir. Wenn du einen Mikrofonvergleich haben möchtest, den haben wir nicht. Hier geht es um Cakewalk. Da hat der Andi die ganze Zeit das Fernlicht an und merkt es nicht. Das hat echt lange dauert, bis ich es kapiert habe. Aber so ein Schmarrn. Ich habe keine Fernlicht, oder? Heute habe ich ein bisschen, doch ein bisschen, heute habe ich ein bisschen Fernlicht auch. Aber jetzt zeigt sie sich durch den Pulli. Blöd, so blöd. Aber gefällt mir. Gleich mal schauen, wofür Grattler hier bei uns auch eine Einfalt wendet. Moin Andi, als erstes du machst super Videos, weiter so. Du hast mir echt geholfen, mit Cakewalk klarzukommen. Doch eine Frage habe ich dennoch, vielleicht kannst du mir die ja beantworten. Cakewalk ist ja von Bandlab und Bandlab bietet auf ihrer Seite komplette Loop Packs zum Download an. Darf man diese wirklich für seinen Beatbaum benutzen, bekommt man dann nicht Probleme, wenn man seinen Song dann eventuell auf Spotify hochladen lässt. Schöne Grüße, Giuliano. Also das erste Mal, Giuliano, es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, deinen Kommentar zu beantworten. Ich schaue hier immer bei YouTube, im YouTube Studio, auf unbeantwortete Kommentare. Und deiner ist nicht drin gewesen. Das ist mir dann erst aufgefallen, als ich mir hier fürs Kommentare kommentieren, die Kommentare rausgesucht habe. Also hier nochmal, mea culpa maxima. Aber um deine Frage zu beantworten, du darfst grundsätzlich die ganzen Loops und Samples, die von Bandlab angeboten werden, kommerziell und auch privat nutzen. Und darfst die auch in deinen eigenen Songs verwenden. Aber es ist immer, wenn du fertige Loops verwendest oder direkt zu Phrasen, gibt es immer ein großes Problem damit. Und zwar, wenn ich die hochlade, zum Beispiel über DistroKit, wird sie auch nicht nur auf Spotify verteilt, sondern auf zum Beispiel auch YouTube Music. So, und YouTube Music, da gibt es dieses Unfeature, möchte ich mal sagen, und zwar ist es die YouTube Content ID. Wenn jetzt eine andere Person dieses gleiche Loop Pack hernimmt und dieses dann in seinen Songs verwendet und es dann mit YouTube Content ID Copyright schützt, dann kann es ganz schnell passieren, dass du einen Copyright Strike kriegst oder erstmal eine Urheberrechtsbeschwerde, die du dann mit der anderen Person lösen musst. Da hält sich YouTube komplett raus und wenn sich die andere Person querstellt, dann war es das mit deiner Monetarisierung. Wenn du solche Loops hernimmst, dann musst du dir auch bewusst sein, dass auch andere diese Loops und Samples nutzen und dass von denen Arschlöcher dabei sind, die das dann Copyright schützen. Obwohl sie es gar nicht erfanden oder sollten. Ich hasse es echt, die Drums mit Mausklicks einzufügen. Das ist irgendwie total der Krampf und ständig springt der grüne Playmarke irgendwo hin, wo ich ihn nicht haben will. Ich schätze, das ist das, was mich schon immer daran gehindert hat, Musik ausschließlich am Computer zu erstellen. Zum Glück habe ich nun ein geeignetes MIDI-Keyboard, was den ganzen Kram echt enorm verschönert. Jetzt kann ich meinen ganzen anderen nutzlosen Kram, Gitarre, Geige, Kralimba, Ocarina, Xylophon, Panflöte, alles wegschmeißen. Ich kann das irgendwie nachvollziehen mit dem Reinklicken der Noten. Ich muss aber sagen, ich bin so aufgewachsen damit. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Wir waren ja arm wie Kirchenmäuse, meine Familie damals. Und da war es halt einfach nicht drin, dass man für einen Bub ein Keyboard kauft, geschweige denn ein MIDI-Keyboard. Das war damals alles noch utopisch teuer. Und deswegen musste ich es ja quasi lernen, das Ganze mit der Maus einzuklicken. Und ich muss da auch sagen, ich bin da mittlerweile ziemlich gut geworden darin. Und obwohl ich mittlerweile ein MIDI-Piano direkt neben mir stehen habe, bevorzuge ich es tatsächlich, mit der Maus einzuklicken. Und da hast du auch recht, den ganzen Kram wegzuschmeißen. VST-Instrumente werden immer besser und klingen immer natürlicher und auch echter. Es ist teilweise schon echt schwierig, da ein echtes von VSTI-Instrument zu unterscheiden. Von dem her, schmeiß alles weg. Außer natürlich dein Aquarion und deine Zitter. Obwohl es da auch sehr geile VSTIs gibt. Ich muss hier zusperren. Ich muss hier zusperren, sonst hört man nämlich den ganzen Sound. Und jetzt werden wir auch noch diesen Schlüssel entschwingen. Habt ihr auch sowas zur Misophonie? So ständig wiederholende Geräusche? Was könnt ihr ausflippen? Aber zurück zum Kommentar. Bei den Vocals habe ich leider immer folgendes Problem. Es klingt immer sehr leise, wenn ich die Aufnahme abspiele. Auf die Regler und Gain achte ich auch. Mein Mikrofon Rode NT1A und Audio-Interface Berger Euphoria UMC204HD. Und beim Exportieren von Gesang und Musik ist leider auch alles viel leiser als andere MP3. Ja, also Free Draw Bird. Da, es ist ein Fehler, der mir auch passiert ist, hab ich einen Song bei Cakewalk exportiert und hatte quasi von den Spuren und auch dem Master komplett nochmal eingepegelt. Also auf minus 1 dB. Und trotzdem waren die Experte dann immer furchtbar, furchtbar leise. Bis ich dann rausgefunden habe, dass ich in der Mischpult-Ansicht einen weiteren Reiter habe mit Hardware-Ausgängen. Also ich habe jetzt hier meine Spuren und wenn ich das hier nochmal rausziehe, habe ich dann meine Busse und ziehe ich es dann nochmal raus, dann habe ich hier die Hardware-Ausgänge. Und hier war bei mir extrem stark runtergeregelt, weil ich Schlaubi-Schlumpf damals dachte, ja hier, ich stelle mir hier meine Lautstärke für meinen Lautsprecher hier einmal ein und dann ist es gut. Dass es aber auch den Export betrifft, war mir damals nicht bewusst. Das wird mir so viel Speicherplatz sparen und vor allem Zeit, die ich nie habe. Danke, Andi. Ja, Megan Semperi redet natürlich von Mixed Recall und wenn ihr da auch eine geile Versionierung in Cakewalk haben wollt, die mit der Zeitreise-Funktion, das habe ich hier und ordentliches Gain-Staging haben wir hier. Und ich sage mal wieder lieben Dank fürs Zusehen und bis dahin, Busse aufs Bauch, Iberli und Servus.